Sehr geehrte Damen und Herren, werte Bevölkerung, liebe Freunde der Feuerwehr Imbach, ich möchte Sie recht herzlich hier im Klostergarten in Imbach zum traditionellen Weibermaufstellen begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich unseren Herrn Vizebürgermeister Helmut Pilz, den geschäftsführenden Gemeinderat Wolf, den Herrn Obmann des MSc Imbach Günther Eichinger samt Mannschaft und es freut mich besonders, dass jetzt schon so viele Gäste gekommen sind. Kurz zum Ablauf, Essen trinken gibt es wie in alter Manier. Wir werden jetzt beginnen zum Weibermaufstellen. Die Feuerwehrjugend geht durch mit Maibaum Lohse. Lohse stehen vor mir hier auf den Tischen, die Lohspreise sozusagen. Und wir werden dann die Verlosung circa um 20 Uhr machen. Ich bedanke mich jetzt schon fürs Kommen und dann ist um 20 Uhr circa die Verlosung. Dankeschön. Lohse, 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 Lohse! Lohse, 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 L 1 2 1 Vassana! Sticken! Aus! Laufsrock! Pass! 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 Hey! Sticken! Kump mir so gut! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.